Schatz, wo hast du diese tolle Statue gefunden? Im Keller meiner Oma. Die Statue sieht aus wie deine Tante Klara. Echt? Meine Tante sieht sehr viel besser aus als diese Statue. Findest du? Ja, Klaras Gesicht hat viel mehr Ausdruck als dieses Gesicht. Warum malen wir dann nicht deine Tante? Klasse Idee. Klara, kannst du dich bitte hinstellen wie eine Tänzerin? So? Nein. Kannst du bitte den linken Arm heben? Ja, so ein bisschen höher als dein Kopf. Okay. Soll er höher als mein Kopf sein? Jetzt steh ruhig wie eine Statue. In Ordnung. Mein Bild ist fertig. Meins auch, aber dein Bild sieht nicht aus wie Klara. Es ähnelt eher dir selbst. Und dein Bild könnte dein Onkel sein. Kann ich meine Arme jetzt wieder senken? Ich hab Hunger. Ich hab Hunger.